40? Go, go. Oh, das knackt heute. Nee, das ist kein Kerl. Das sind einfach nur die... Wie viel waren wir? 4, 5, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 11, 27, 1. Das bringt einen immer übel aus dem Konzept, wenn man Liegestütze macht. Junge, der atmet nicht mal. Er sagt noch 8, das waren noch 20. Junge, der kriegt keine Luft mehr, der hat eine Maske auf. Junge, der macht Liegestütze mit einer Rolex. Ist der dumm? Alter, hast du geschafft? Junge, wie chillig.